Ich bin Gulara Schrader, bin 1970 geboren und seit 2012 leide ich an Depressionen. Ich konnte mich tagelang im Bett einfach verkriechen und nichts machen. Die Diagnose hat mich sehr schockiert, weil das ist keine leichte Diagnose sozusagen. Ich hatte das nie und meine Familie hatte das nie, deswegen war das für mich sehr schlimm. Jeder Mensch findet seinen eigenen Umgang mit der Krankheit. Dieser Film ist ein persönlicher Erfahrungsbericht. Ich habe 2010 einen deutschen Mann geheiratet und wir sind mit meinem Sohn aus Kasachstan nach Deutschland umgezogen im gleichen Jahr. Die ersten zwei Jahre unserer EU waren gut, aber dann hat es angefangen mit der Streiterei. Am Schluss kam das zu Gewalt. Da hat mein Mann mich geschlagen. Ich glaube, dass diese Situation hat mich, also hat meine Depression sehr verschlimmert natürlich. Und sein Verhalten von meinem Mann hat eigentlich zu dieser Depression geführt. Also diese Phasen, Depression-Phasen, sie kommen immer wieder. Und ganz schlimm sind sie, wenn ich irgendwelche schwere Probleme habe. Zum Beispiel, dass ich alleinerziehend und muss um meine Kinder alleine kümmern und alles selbst organisieren. Und andere Sachen, das sind diese bürokratischen Sachen, wo zum Beispiel irgendwelche Behörden wollen von mir, irgendwelche Formulare ausgefüllt werden und irgendwelche Nachweise schicken und so. Dann wird das Kopf voll und ich denke, wie geht das weiter. Anfang 2018 ging es mir sehr schlecht, also wirklich sehr schlecht, dass ich mir Hilfe holen musste. Weil ich dachte, ich komme nicht alleine klar. Deswegen habe ich mich selbst freiwillig in das psychiatrische Klinikum gemeldet. Diese Verhaltenstherapie, was ich dort gemacht habe im Klinikum, hat mir sehr gut geholfen, selbst mit Problemen umzugehen. Dass die Probleme wirklich nicht so aussehen, wie sie aussehen, wie wir sie sehen. Und deswegen mache ich mir das so, dass ich Stück für Stück alles regele. Ich mache einen Zettel, dann, wenn das alles erledigt ist, die Sache erledigt, streichle und dann freue ich mich, dass ein Problem weg ist und gehe weiter. Dass ich mit meiner Depression besser umgehen kann. Ich tue Sachen, die ich sehr gerne mache. Zum Beispiel, ich nähe gerne. Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, weil das tut mir sehr gut. Das lehnt vom schlechten Gedanken ab. Ich verbringe viel Zeit mit meinen Kindern. Wenn man ein kleines Kind hat, dann ist es wirklich sehr positiv für mich. Weil ich kann mich nicht einfach alleine im Bett verglichen liegen. Und sie gibt mir Schwung. Sie hilft mir, ja. Also so eine Art Hilfe. Die Angst kommt manchmal auf mich zu, dass ich vielleicht nochmal irgendwie in dieser Episode lande. Aber da mache ich diese Gedanken weg. Einfach raus aus dem Kopf. Im Moment geht es mir gut. Kann ich so sagen. Ich habe viel gelernt. Und ich lerne noch viel. Wo ich mir selbst helfen kann. Weil, ja. Ich denke meiner Meinung nach, mit eigener Kraft kann man sich gesund machen. Natürlich mit der medizinischen Hilfe. Aber ganz gesund kann man nur sein, wenn man das will. Selbst will. Mehr Informationen zum Thema Depression finden Sie auf dem Gesundheitsportal der Stiftung Gesundheitswissen. Wissen ist gesund.